Da haben wir ein Mädel, ne? Eine schöne blaue Henne. Ja, ha? Wisst du das? Komm mal her. Hallo. Was soll das? Eine schöne blaue Henne, ne? Ein gelbes Gesicht. Alles gut? Ja, ne? So. Darf du auch mal wegfliegen, ne? Jetzt kriege ich noch ein Bild von dir. Und dann kommst du auf die Seite.